Karl Marx, diesen Mann habt ihr wahrscheinlich auch schon mal auf irgendeinem Bild gesehen. Karl Marx, quasi der Urvater des Kommunismus, ist ein super Promi der Weltgeschichte, anders kann man das gar nicht sagen. Dabei ist das Bild, das wir von ihm haben, mehr oder weniger eine Erfindung der Nachwelt. Das echte Leben von Karl Marx ist weniger bekannt, dabei ist es spannend, tragisch, lustig und auch empörend. Deshalb ein Video über Karl Marx, nicht über den Philosophen oder den Revolutionär, sondern über Karl Marx, den Privatmenschen. Von Karl Marx stammt der Satz, Proletarier aller Länder vereinigt euch. Er ist überzeugter Kommunist, der für die Rechte der Arbeiterklasse eintritt. Wenn ihr euch übrigens noch mehr über die Theorie des Kommunismus informieren wollt, dann empfehle ich euch dieses Video hier oben von uns auf dem i verlinkt. Und überhaupt, was haltet ihr von der kommunistischen Idee? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Karl Marx ist jedenfalls Ideengeber der Arbeiterbewegung und arbeitet als Journalist auf eine Revolution hin. Dabei beobachtet er die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüche seiner Zeit sehr genau und auch kritisch. Aber wie ist er privat? Schauen wir uns einmal dieses berühmte Bild an. Der Mann trägt einen Anzug. Er sitzt in einem Lehnstuhl. Ganz klar ein Bildungsbürger mit bürgerlichem Selbstbewusstsein. Unter dem Jackett lugt eine Brille heraus. Das ist ja kein zufälliger Schnappschuss. Die Brille soll Marx als gebildeten Mann, als Intellektuellen zeigen. Er braucht diese Brille zum Lesen und Schreiben so häufig, dass er sie sich um den Hals hängt. Und dann der Bart. Diese weiße Mähne, die kaum zu bändigen ist. Der Schnauzer, der für drei normale Oberlippenbärte reichen würde. Ein 57-jähriger Hipster? Eher ein Rebell. Jemand, der sich trotz allem von der bürgerlichen Gesellschaft distanziert. Nicht nur auf diesem Foto, wie wir sehen werden. Und damit kommen wir zu Kapitel 1, Jugend und Ausbildung. Geboren wird Karl Marx am 5. Mai 1818 in Trier, das damals zum Königreich Preußen gehört. Seine Mutter heißt Henriette und sein Vater heißt Heinrich. Aber erst seit kurzem. Heinrichs ursprünglicher Name ist Heschel. Heschel, Karls Eltern, sind nämlich Juden. Sie entstammen alten Rabbinerfamilien, aber sie wenden sich von der Kultur und der Religion ihrer Vorfahren ab. Einerseits sind sie nicht religiös, andererseits werden Juden von ihren christlichen Mitbürgern im 19. Jahrhundert oft verachtet. Im Beruf oder in der Verwaltung können sie nicht aufsteigen. Deshalb treten Juden, die Karriere machen wollen, die dazugehören wollen, zum Christentum über. Der kleine Karl wird im Jahr 1824 getauft. Seine Eltern legen viel Wert auf die Bildung ihres Sohnes. Vater Heinrich ist politisch, republikanisch, liberal eingestellt. Auch das prägt den Sohn. Vor allem, weil er seinen Vater bewundert, der die bestehenden Verhältnisse kritisiert. Ein Wagnis zu dieser Zeit. Wie sehr Marx seinen Vater sein Leben lang verehrt, erkennt man daran, dass er stets eine Fotografie seines Vaters in der Brusttasche mit sich herumträgt. Im Jahr 1835 geht Karl zum Studieren nach Bonn. Rechtswissenschaften. Er genießt das Studentenleben, feiert ausgelassen und klärt Meinungsverschiedenheiten auch mal handgreiflich. Denn Marx lässt sich nichts sagen. Und er tritt für seine Meinung kompromisslos ein. Das ist ein Charakterzug von ihm, den ihr euch merken könnt. Mit einem Uniwechsel nach Berlin wechselt Marx 1836 auch das Fach. Statt Rechtswissenschaften studiert er lieber Philosophie und Geschichte. Er schließt sich den Junghegelianern an. Das sind junge Intellektuelle, die die gesellschaftlichen Verhältnisse in Preußen radikal kritisieren. Denn Preußen ist ganz vorne mit dabei, jede Art von demokratisch-revolutionärer Idee zu bekämpfen. Wenn ihr euch nochmal schlau machen wollt, welche Ideen damals kursieren, dann schaut euch gerne unser Video zum Hambacher Fest an. Da geht es ein bisschen genauer um dieses Thema. Marx und seine Mitstreiter jedenfalls wollen den Staat verändern und gelten der Obrigkeit schnell als gefährliche Revolutionäre. Nach seiner Promotion kehrt Marx dann 1841 nach Bonn zurück. Aber als amtsbekannter Oppositioneller ist eine akademische Laufbahn als Professor für ihn keine Option. Und damit zu Kapitel 2. Karl und die Familie. Marx ist also in einer ziemlichen Sackgasse. Beruflich. Aber privat hat er längst das große Glück gefunden. Schon auf dem Gymnasium verliebt sich Karl in die Schwester seines guten Freundes, in Jenny von Westfalen. Jenny ist vier Jahre älter als er, adlich und hübsch. Allerbeste Partie, wie man das damals sagte. Karl umwirbt Jenny leidenschaftlich. Schon im Sommer 1836, nach seinen ersten beiden Studiensemestern in Bonn, verloben sich die beiden heimlich. Es wird sieben Jahre dauern, bis sie dann tatsächlich heiraten. Karl und Jenny verstehen sich wirklich gut. Sie respektieren und lieben sich. In einer Biografie habe ich gelesen, die beiden sehen sich als zwei Pfeiler einer Brücke. Das bedeutet nicht, dass Karl ein treuer Ehemann ist, aber diese Ehe kann auch der ein oder andere Seitensprung nicht brechen. Als Vater ist Karl zärtlich und liebevoll zu seinen Kindern. Das beschreiben seine Kinder später. Er ist ein Familienmensch. Es trifft ihn sehr, dass vier seiner sieben Kinder noch in jungen Jahren sterben. Aber im 19. Jahrhundert ist zum einen die Medizin noch nicht so weit wie heute und besonders in den Armenvierteln der großen Städte ist die Kindersterblichkeit hoch. Was Karl Marx seine Kinder liebt, hindert ihn nicht daran, seine Mädchen für allerlei Dienste einzuspannen. Sie sind Sekretärin, Butlerin, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Karl Marx ist ein ziemlicher Macho, aber diese Haltung teilt er mit so ziemlich allen Männern im 19. Jahrhundert oder zumindest mit vielen. Dabei ist er nicht der Meinung, Frauen seien weniger begabt oder klug als Männer. Nein, der Mann hat damals einfach die Hosen an, wie man so sagt. Kapitel 3. Karls Karriere. Aber Marx ist nicht nur Macho, sondern sieht sich auch als Dichter und Autor. Als Journalist, genauer gesagt als Chefredakteur der liberalen Rheinischen Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe in Köln, kann er schreiben, was er denkt. Und hier trifft er übrigens auf Friedrich Enges, seinen späteren Freund und Partner. Als die pro-demokratische Zeitung dann im Jahr 1843 von der preußischen Regierung verboten wird, verlässt Marx Deutschland und geht zunächst nach Paris, später nach Brüssel. Die folgenden Jahre legen dann die Grundlage für seinen Ruhm. Gemeinsam mit Engels übernimmt er die Führung vom Bund der Kommunisten. Hier entsteht auch das Manifest der kommunistischen Partei, aus dem folgende berühmten Worte stammen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das kommunistische Manifest ist heute übrigens Teil des Weltdokumenteerbes der UNESCO und nach der Bibel eines der am häufigsten verlegten Bücher der Geschichte. Wir verlinken euch das gesamte Werk nochmal unten in der Infobox. Damals, 1848, reist Marx mit dem Manifest im Gepäck nach Deutschland und macht mit bei der Revolution im Land. Daraufhin wird er endgültig aus Deutschland ausgewiesen und begibt sich nach London ins Exil. Und dort ist er den Rest seines Lebens dann zu Hause. Kapitel 4. Schwierige Verhältnisse. Als die Familie Marx in die D-Street im Stadtteil Soho zieht, ist sie wieder einmal knapp bei Kasse. Karl schreibt als Korrespondent für die New York Daily Tribune. Das bringt immerhin ein regelmäßiges Einkommen. Nebenbei soll eine wissenschaftliche Grundlage zur politischen Betätigung der Arbeiterpartei entstehen. Aber das Projekt geht nur schleppend voran. Denn zum einen ist Karl ein penibler Schreiber, der alles drei- oder viermal kontrolliert und nachprüft. Zum anderen ist das Werk, das später Das Kapital heißen wird, eine umfangreiche Abhandlung. Drittens schreibt Karl bevorzugt nachts. Angesichts der Situation in der kleinen Wohnung ist das auch verständlich. Außerdem ist Marx ständig damit beschäftigt, irgendwo Geld aufzutreiben. Seinen engsten Freund Friedrich Engels bettelt er regelrecht an um Geld. Und der finanziert den Freund, dessen intellektuelle Kraft und visionäre Weitsichtigkeit er sehr schätzt. Engels treibt Marx immer wieder zur Arbeit an. Aber den hindern zu allem anderen auch noch immer wieder Erkrankungen. Marx hat eine Veranlagung für Atemwegserkrankungen und leidet außerdem an Tuberkulose. Seine Leber zwickt, die Galle schmerzt. Dazu kommen Augenentzündungen, Kopfschmerzen, Rheuma, Hämorrhoiden und Eiterbeulen. Damit andere nicht merken, wie begrenzt seine finanziellen Mittel sind, macht er Schulden. Marx leitet sich eine Haushaltshilfe und zeitweise sogar einen Sekretär. Seine Frau stammt schließlich aus dem Adel und soll nicht arbeiten. Und um die Schulden zu begleichen, müssen neue Schulden gemacht werden. Und das geht dann immer so weiter. Ständig werden Anzüge, Möbel, ja sogar Karls Studentendegen versetzt und wieder ausgelöst. Der Mann, der sich so intensiv wie nur wenige damals mit dem Wesen des Geldes auseinandersetzt, kann privat gar nicht mit Geld umgehen. Zumindest ganz offensichtlich. Denn es liegt nämlich nicht nur allein an den Umständen, dass die Familie in so schwierigen Verhältnissen lebt. Es gibt eine bezeichnende Episode, die Ende des Jahres 1863 beginnt. Karls Mutter stirbt und hinterlässt ihm 580 Pfund. Das wären heute ungefähr 95.000 Euro. Aus einem anderen Erbe kommen damals nochmal umgerechnet 100.000 Euro dazu. Die Familie Marx zieht in ein schöneres Haus um, das zehn Zimmer hat. Endlich können sie so leben, wie sie es sich vorstellen. Schöne Möbel, große Empfänge, Haustiere und so weiter. Eineinhalb Jahre später, Mitte 1865, schreibt Marx dann schon wieder an Engels. Ich bin schon seit zwei Monaten rein auf das Pfandhaus lebend. Es ist mir selbst fabelhaft, also unerklärlich, wie das Geld verschwand. Auch als das Kapital dann endlich fertig ist und veröffentlicht wird, lösen sich die Probleme nicht auf. Die ersten 1000 Bücher liegen im Jahr 1867 wie Blei in den Regalen. Das Werk verkauft sich zu seinen Lebzeiten schlecht. Es ist auch keine leichte Kost, muss man sagen. Marx analysiert im Kapital das kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Von den drei Bänden gibt er nur den ersten selbst heraus. Die weiteren zwei veröffentlicht Engels dann nach Marx' Tod. Und erst dann wird das Ganze zum Bestseller. Und damit zu Kapitel 5. Kritik und Antisemitismus. Sein wissenschaftliches Credo, de omnibus dupitandum, an alle muss gezweifelt werden, überträgt Marx durchaus auch auf sich selbst. Viel lieber als sich selbst hinterfragt der Visionär allerdings andere. Fehler legt er schonungslos offen, steigert sich in Auseinandersetzungen regelrecht hinein und verliert dabei jedes Mal. Dabei ist er emotional, ironisch und manches Mal vernichtend kritisch. Nichts und niemand ist vor seinem Zorn sicher. Es gibt Stellen in Karl Marx' Werk und vor allem in seinen Briefen, die verstören uns heute. Was da steht, ist antisemitisch und rassistisch. Aber war Marx tatsächlich ein Antisemit? Vor allem in seinen privaten Briefwechseln, wenn er emotional wird, bedient er sich in seinen Worten und Schimpfen auch antisemitischer Klischees. Er macht Juden aber nicht generell zu Sündenböcken für soziale oder gesellschaftliche Probleme und er spricht sich gegen Diskriminierung aus. Aber wenn Marx in Rage gerät, dann brechen sozusagen alle Dämme. Wenn er beim Abendessen neben einer Frau sitzt, die er nicht mag, dann schreibt er später, diese sei das hässlichste Geschöpf, das er je gesehen habe. Den Präsidenten des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, Ferdinand Lassalle, beschimpft er sogar rassistisch mit dem N-Wort. Die beiden haben unterschiedliche politische Ansätze. Und Marx ist wohl auch neidisch auf den erfolgreichen Sozialistenführer. Natürlich ist er ein Kind seiner Zeit. Aber auch wenn der Mainstream damals keinen Anstoß an Judenfeindlichkeit, an Rassismus und an Machotum nimmt, will ich nichts entschuldigen an dieser Stelle hier. Karl Marx hat nicht erkannt, welche Problematik darin liegt. Am 14. März 1883, zwei Jahre nach seiner Frau, stirbt Karl Marx im Alter von 64 Jahren in London. Gut ein Dutzend Bekannte tragen ihn zu Grabe. Nur ein Jahr später erscheinen mehr als 5000 Menschen, um seiner mit einem Trauerzug zu gedenken. Was ist da passiert? Es ist Friedrich Engels, der ihn posthum zu einer Legende macht. Engels veröffentlicht nicht nur die weiteren Bände von Marx' Hauptwerk, das Kapital, sondern erschärft das Bild, das viele bis heute von ihm haben. Karl Marx, die Ikone, der Revolutionär, der Darwin der Geschichts- und Sozialwissenschaften, der die endgültigen ökonomischen Theorien aufstellt. Erst nach Marx' Tod wird der Marxismus als Weltanschauung ausdefiniert. Und erst nach seinem Tod gründen Politiker auch auf seiner Lehre Diktaturen. Ja, und es war ganz wichtig, euch in diesem Video hier etwas über den Menschen hinter der Ikone zu erzählen. Den Privatmann. Bin gespannt, ob es euer Bild von Karl Marx verändert hat. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr mehr zu seinem Werk wissen wollt, dann findet ihr hier zwei weitere Videos, in denen wir einiges dazu erklären. Einfach hier und hier klicken. Danke dafür, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.